Was ist denn immer drin? Was hat man immer dabei, wenn man dieses Gerät kauft? Sie können beispielsweise in dem Gerät zehn unterschiedliche Werkzeuge abspeichern. Unter Werkzeugen verstehen wir es beispielsweise Hämmer, Hammer oder einen Greifer. Sie können in diesem Gerät zum Beispiel die Ölmenge, den Druck und auch die Motordrehzahl für zehn unterschiedliche Geräte abspeichern.